Er besiegt hier den Bullen, aber dieser Bulle wird besiegt mit unreinen Tieren. Da ist ein Hund, der mithilft, da ist eine Schlange, die mithilft und das Skorpion piekst. Naja, gerade deine Geschlechtsteile. Und mitraismus ist eingeweihter Katholizismus. Ist das der Hamme, Alter? Das ist der absolute Hamme. So besiegt Mitra den Bullen. Es ist eigentlich ein Symbol des Sieges Satans. Das ist also Mitraismus, eingeweihte Religion, Luziferismus. Eigentlich kann man das. Die McFerriff-Luzifer-Baptor. Die McFerriff-Luzfire-Baptor. Die McFerriff-Luzifer-Zenaa. Die McFerriff-Luzifer-Baptor. Die McFerriff-Luzifer-Baptor. Ja, das ist doch auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020